Liebe Schwestern und Brüder, ganz herzlich begrüße ich Sie zur heutigen Videobotschaft. Mein Name ist Cornelia Hadis. Ich bin die neue Gemeindeassistentin hier im Sendungsraum Oberberg-Süd. Kennen Sie das? Jemand stellt Ihnen eine provokante oder sogar verletzende Frage und Ihnen fällt keine passende Antwort ein. Mir geht das manchmal so. Erst viel später denke ich dann, das wäre die passende Antwort gewesen. Aber im entscheidenden Moment ist die mir nicht eingefallen. Ganz anders geht es Jesus im heutigen Sonntagsevangelium. Er ist nun keine Antwort verlegen. Die Lage in Jerusalem spitzt sich für ihn zu. Seine Gegner, im heutigen Evangelium sind es die Pharisäer, suchen nach einer Möglichkeit, ihn aus dem Weg zu räumen. Mit einer ausgeklügelten Frage wollen sie ihn in eine Falle locken. Sie wissen, egal wie er antwortet, Jesus kann nur verlieren. Sag uns also, was meinst du? Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht? Gespannt warten sie auf seine Antwort. Sagt er ja, ist er in den Augen der frommen Juden ein Irrlehrer. Sagt er nein, hat er die Anhänger Herodes am Hals, die ihn als Volksverhetzer verklagen. Jesus aber reagiert völlig anders als erwartet. Er durchschaut ihre Absichten und schlägt sie mit ihren eigenen Waffen. Er packt sie bei ihrer Heuchelei. Zeigt mir die Münze. Trägt sie nicht das Bild und den Namen des Kaisers? So gibt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Gott aber, was Gott gehört. Eine simple Antwort. Wenn sein Name und sein Bild draufstehen, gehört die Münze wohl auch dem Kaiser. Jesus belässt es aber nicht dabei. Er geht noch tiefer. So gibt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört. Damit packt er uns bei unserem Gewissen. Was gehört dem Kaiser, dem Staat, den Machthabern, der Regierung, der Kirche, den Gremien, den Vereinen? Was gehört es sich zu zahlen für die Allgemeinheit, für die Solidarität? Wofür nutzen wir unser Geld? Und was gehört Gott? Die Aufforderung gilt damals wie heute. Gebt Gott, was Gott gehört. Er will, was ihm gehört. Und das nicht nur einmal jährlich wie einen Lohnsteuer-Jahresausgleich. Sondern er will uns. Jeden Tag. Jeden Tag aufs Neue. Du bist mein geliebtes Kind. An dir habe ich Gefallen gefunden. Bringen wir uns also ein mit unseren Talenten, mit unseren Fähigkeiten. Setzen wir uns ein für sein Himmelreich. Geben wir Gott, der uns das Leben geschaffen hat und uns begleitet. Unser ganzes Herz. Und das jeden Tag aufs Neue. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen gesegneten Sonntag. Jef. Auch. Ich bin mir der, es ist ganzes Herz. Ich bin mir der, es ist gleich das Leben geschaffen. Ich bin mir dem, was ich will. Vielen Dank.